...zentiert von Internorm. Fenster und Haustüren für jedes Zuhause. Infos unter www.internorm.com Christian Franz für euch im Antenne-Bahnen-Verkehrszentrum. Jawohl, mit der A3 Würzburg-Frankfurt zwischen Markt Heidenfeld und Robon. Nach Bergenusarbeiten, defekte LKW, kommt aber gut dran vorbei. Aber auf der A3 Nürnberg-Würzburg, zwischen Weißer Graben und Erlangen-Frauen-Augrach, Baufstelle 10 km Stop & Go, ihr braucht hier momentan 15 Minuten länger. Den neuesten Blitzer bayernweit, nur bei uns Pilzing auf der B20 und auch noch einen Anruf. Servus. Ja, hallo, hier ist der Wolfgang. Hi. Auf der Autobahn A8 zwischen Obermensing und der Autobahn Ausfahrt, Dachauwürsten Zeltbrück. Von sämtlichen Brücken, Abstandskontrollen, ein- und auswärts. Dankeschön und habt ihr was gesehen? Staus oder Blitzer, kostenlos anrufen, 0800 994 9000. Ihr habt Lust auf Hitz und Abwechslung? Antenne Bayern spielt euch genau das. Hits, die gerade angesagt sind. Hits für die gute Laune. Einfach Hammer. Und noch mehr aktuelle Hits. Macht mega Laune, die Mischung stimmt, geile Sache. Hits, die Mischung stimmt, geile Sache. Hits, die Mischung stimmt, geile Sache. Hits, die Mischung stimmt, geile Sache. Die Mischung stimmt, geile Sache. Frühstücktheit. sky- Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020